Musik Die Laudatoren für Jürgen Gosch Uschi Merkel Also es gab für mich wirklich mal eine Zeit, da wollte ich um nichts in der Welt nach Sylt Ich wehrte mich heftig und auch ziemlich erfolgreich, bis das Schicksal mir ein Bein stellt Ich lernte nämlich meinen Mann Günther Petersen kennen Und als wir dann vor 28 Jahren, man höre und staune, unsere Stühle zusammenstellten War ich dran Ich musste mit nach Sylt Und ich muss ehrlich sagen, ich liebe diese Insel mittlerweile Unglaublich Schuld an dieser Tatsache ist aber nicht nur mein Petersen Sondern auch noch der Mann, um den es heute Abend geht Jürgen Gosch Wirklich, ich hab wirklich immer geglaubt, du wärst ein echter, sylter Jung Nee, ne? Der ist auf dem Festland geboren, in Tönning Und was hat er mitgemacht? Der hat eine richtige Lehre als Maurer gemacht Und dann gab es einen absoluten Lichtblick im Jahre 66 Da kam sein Chef dann an und sagte Moment mal Jürgen, du musst unbedingt nach Sylt Der Mann wusste nicht, was er tat Indem er diesen Mann nach Sylt schickte Denn tagsüber Arbeitete unser Jürgen zwar sehr brav am Bau Aber Nachmittags Begann er ganz langsam Ich find den Satz so schön Sich für kleine Krabben zu interessieren Mal ganz nebenbei, der Mann ist auch Weltmeister im Krankenhof In Krankenhof, bist du die Nummer eins Ich verlass' sich nichts anwählen In Krankenhof, bist du die Nummer eins So schnell kann man da nichts hin Mit zu rippen ja in die Finger Eine Drehung ist das Patsch Und dann ist die Krabben Und dann baut er sich einen Bauplan Und geht mit Aalen am Strand entlang Und das macht die Junge wirklich fünf Jahre lang Echt bewunderlich Aber Das war der Anfang Einer absolut glänzenden Karriere Es dauert ja nicht lange Und er bekommt dann 72 Nach wirklich zehn Verhandlungen Eine Bude im List gestellt Dort kann er dann neben den Aalen auch noch Salate Und die auch heute noch Von uns allen so heiß geliebten Fischbrötchen verkaufen Damit war die nördlichste Fischbrüde Deutschlands geboren Aber Er durfte damals noch kein Alkohol verkaufen Und deswegen hat dieser clevere Mann gesagt Ich mach das anders Er hat die erste wahre Fischsuppe erfunden Serviert in kleinen Schälchen Dazu nehme man dann hochprozentigen Korn So einen kleinen Däsch Zitronenimonade Und weil es ja eine Fischsuppe war Eine Krabbe rein Ja, der Mann hat Ideen gehabt Ich glaube nicht nur ich Hab diese erste Bude noch kennengelernt Ich kann mich noch gut dran erinnern Und es regnete von oben Es windete von der Seite Aber was haben wir gemacht? Wir standen bei Jürgen Und hatten die besten Krabben überhaupt in der Welt vor uns Ein Glas Wein Und es schiedigohl Was dann sonst noch alles war Und da unser Jürgen Mit dieser Einen Bude unglaublichen Erfolg hatte Ging es dann immer fröhlich weiter Gar nicht so einfach 1984 folgte der zweite Laden in Westerland Zwei Jahre später Das Lister Fischhaus Ja und danach kamen noch so etliche Geschäfte Er hatte mittlerweile insgesamt Zwölf Gourmet-Tempel Vom Allerfeinsten Auf der Insel Sylt Aber nicht nur das Er ging auch aufs Festland Da war wieder mein Stichwort Er hat auch eine CD aufgenommen Und wenn man oben in List ist Das klingt so schön Der Junge singt so urig Jo und außerdem hat er noch ein Buch herausgebracht Mit Anekdoten aus seinem Leben Und ich fürchte das wird sehr interessant sein Dieses Buch Jürgen du hast alles geschafft Was du schaffen wolltest Und du hast für den Norden so viel getan Dass wir dir alle nur gratulieren können Und Daniel bist du einer der Zum mindestens 110 Prozent Den Nord Award verdient hat Und Daniel bist du einer der Ja meine Damen und Herren Ich glaube die Oschi Die hat mal so einen richtigen Dass sie da alles erzählt hat Und sie glauben es nicht Es ist alles wahr Ja Und sie hat jetzt zu mir gesagt Du hast alles erreicht Das waren so die letzten Sätze Meine Damen und Herren Es war für sie Schön, dass sie alle da sind Dass sie sich so schick gemacht haben Es ist eine Freude Sie hier zu beobachten Dankeschön dafür Der hat Uschi gesagt Ich hab alles erreicht Ich hab vieles erreicht Aber warum? Und dann möchte ich meine Familie mit ein Das heißt immer Jürgen Gosch Der macht alles Nein, er macht gar nichts Wenn so eine Frau an seiner Seite hat Anna, er, wo bist du? Und meine Tochter Und mein Fähiger Sohn Die sind auch hier Dafür möchte ich mich herzlich bedanken Applaus Wo ich mich unwahrscheinlich triffe Ich bin ja Freude Das ist nicht nur von deinem Bild Das ist das allergrößte Aber dass ich noch ein bisschen nervös bin Das freut mich Applaus Das war nicht so Wenn ich ein Liss auf der Bühne stehe Am Hafen Da bin ich so nicht abgebrüht Aber das ist routinemäßig Aber hier vor dieser Kulisse Vor dieser Abiente Hier mit den schönen Bildern Mit allem, was ich so sehe Es macht Spaß Es baut einen auf Es freut einen Ich bin heute der glücklichste Mensch Nicht nur, dass wir hier stehen Aber auch, dass ich Das ist eine Wohlermitschaft Hat für mich Und ich bin ganz gespannt Was nachher kommt Ich freue mich auf den Abend Und für Sie auch Dankeschön Applaus Das spricht uns allen Eigentlich aus dem Herzen Und auch das, was du gesagt hast Und deswegen Möchte ich auch keine großen Worte machen Ganz kurz nur noch zum Norde-Wort Der Norde-Wort wird verliehen An charismatische Norddeutsche Persönlichkeiten Und ich denke, den haben wir hier Wirklich auf der Bühne Jürgen Goss Also schreiten wir Zur Knoll In der kommenden Jahre Zur Knoll Übrigens, Uchi Nelke hat auch schon Den Norde-Wort erhalten Im letzten Jahr Und das darf man ja auch nicht Unerwähnt lassen Sie gehört wirklich mit ihrem Als Speedclub-Moderatorin Zur norddeutschen Garde Der Nummer 1 Applaus an Uchi Nelke Die Moderatorin Die Mode geschrieben hat Und dann wollen wir beide vielleicht das mal enthüllen Dazu braucht es Ist ein bisschen hier Ja, das halt ein bisschen Dazu braucht es natürlich normalerweise einen Trommelwirbel Den haben wir jetzt nicht hier Aber Ihr seid alle hier Und ihr könntet Ich zähle dann bis 1, 2, 3 Bei 3 enthüllen wir das Gemälde Vielleicht mit den Füßen Ich hoffe, der Boden hält das aus Und auch mit den Händen Oh, alles was ihr zur Verfügung habt Nur die Bilder was bedenkt Könnt ihr dann vielleicht Diesen Trommelwirbel erzeugen Ich sage 1 2 2 1 2 3 2 3 3 3 4 5 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 6 5 5 5 5 5 6 5 6 7 9 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 12 13 15 16 16 15 15 16 16 Und da begrüße ich euch natürlich alle recht herzlich und da trinken wir natürlich auch noch ein Mal, machen auch noch ein bisschen Musik. Ich habe heute ganz tolle Musiker dabei, die spontan gekommen sind. Ich sage nur eins, Asphalt Hütte, Musikgebel, Exi mit Kutschneck, dann haben wir noch Thomas Schmidt kommt. Und natürlich unseren Rezitator, Schauspieler und Musiker Colli Werke. Also viel Spaß, danke Cannabis, ganz fantastisch, ich habe es schon heimlich probiert, also ich sage nur eins, guten Appetit. Und dann ist die Krabbe, nein, geht's aber auch. Vielen Dank.